Aus dem Zeilen und Lieders, unter des Vaters David, des Propheten und König, sein Siegel sei mit uns, Amen. Der Herr sprach zu mir, mein Sohn bist du. Heute habe ich dich gezeigt, Vater von mir, und ich gebe dir die Pfeffer zum Erbe, die Enden der Erde, zum Eigentum. Oder, darüber, ich gebe dir die Pfeffer zur Siege, der Erbe, die erbedürzt, der Kreis, der Kreis odette es. Er vermerkte es, ich meine Herr, die Gleis. Der Herr hat geschlafen, die wird's im Reuen. Du bist bis auf ewig, nach dem Ordnung, ich sie teckst. Der Herr steht dir zur Seite, und unser erblicher Patriarch. Hab's an, bach, ab, tach, ab, ab. Adrus des Zeiten, und zur Seite deines Etalabas, am christianischen Dienst, den erbedingten Bischof, Anbar Cabré, der beschützt uns euer Liebe. Amin. Halleluja Sein ist die Erde im Allerheer, in Ewigkeit. Jesus, auf den heilen Evangelium, auf Matthäus, und Evangelisten sein Segen sei mit uns, Amen. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, der geboren worden war, kam ein Sternleiter aus dem Osten nach Jerusalem und fragte, wo ist der neu geborene König der Jude? Wir haben seinen Stern aufgehend gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als König Herodes das hatte, erschrafen mit ihm ganze Jerusalem, er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden soll. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, Judea, denn so steht es bei den Propheten, du Bethlehem. Im Gebiet von Judah bist keine sechsten und bedeutendste Stadt, unter den vierten Städten von Judah, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirte meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sternleiter heimlich, die sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schiebte er sie nach Bethlehem und sagte, Geh, du fasst auch kräftig nach, wo das Kind ist. Und wenn es geht von deinem Haar, berichtet mir, damit auch ich ihn geh und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten, auf den Sieben, zu kommen, ja, bis zu dem Osten, wo das Kind war, dort wieder stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind, Maria, seine Mutter, da fielen die Wieler und Hultiken. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten sie ihre Schätze hervor. Dann holten sie die Wieler und Hultiken. Dann holten sie ihre Schätze hervor